Und herzlich willkommen auf eine weitere Episode von One Piece. Ja, endlich haben wir Nico Robin wieder nach einem emotionalen Kampf und Mary, warum? Naja, das war ja wirklich herzerraubend. Naja, aber gehen wir weiter auf Faust der Liebe. Faust der Liebe, was könnte es sein? Die, die Animes geschaut haben, könnten sich es glaube ich vorstellen oder allgemein wissen sogar, was jetzt nächstes passiert. Aber ich werde definitiv sagen, ich kenne es ja auch und ich werde definitiv sagen, es wird wieder emotional und lustig. Also, let's go! Also, wir hatten ja letztes Mal Zorro gehabt. Mach mal einen Koch, Losanji! Bring ich mal etwas, jedes Mal Abwechslung dabei. Hm. Hm? Das war's für heute. Das war's für heute. Der Apfel fällt nicht weit weg. Der Apfel fällt nicht weg. Okay, alle! Ich werde sie nach Hause weg! Oh, ich bin nicht weg. Wer ist da? Ich habe noch viel Spaß. Okay. Hmm. 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 Das war's für mich. Das war's für heute. alle wissen zu viel los alle ich gehe mir nach oben ich glaube ich muss die command die dinge schütze nur kill alle die kombos sind eigentlich nicht schlecht und 20 oh Robin Schmarrn Masaka Warum hab ich so wenig Leben? Bist du hier zuerst? Damit Uff Ähm Oh, geil Aniki Was kommen da für dicke Fisch Woah Kabam Alter Was sexy Was? 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 Oh, ist das geil Echt? Echt jetzt, jetzt hat die Move gemacht, Alter Typisch Sanji Normalerweise muss er perfekt auf den Kopf treffen Kommt schon Kobi Kommt schon Kobi Lass es zugehen Lass es zugehen Echt? 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 Ich habe auch schon einen großen Schmuck in der Gart. Warum sind die Grand Line? Ich bin noch nicht auf dem Schmuck, aber ich bin jetzt auf dem Gart. Ich bin jetzt auf dem Gart. Luffy-San sind so richtig. Wenn ich diese Zeit, der Grand Line der ersten Welt ist, wird sofort die Welt zu überwachen. Luffy-San, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kobi-san? K freaking out! F Wr ne gude! Das ist ein Schöpfer, das ist ein Schöpfer von Franky-Franck-Franck. Was geht nicht ab, hallo 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 Ich glaube ich habe da nicht gescheit aufgepasst Oder war es einfach zu viel Na ja Runde Nummer 2 Aber hey, nobody perfect Das skippe ich ja, weil wir es ja gekriegt haben Ich glaube ich hätte nicht so weit Fortschritt drängen zu dürfen zum Garb Aber hey, auf geht's Aber hey, das passiert wirklich jedem, dass er jeder mal einmal verliert Mitten im Kampf Vor allem mit deinem Charakter Aua Oh, was geht denn da ab, ey Alter Was geht denn ab Das geht, ey Ich glaube ich bleib jetzt bei der Gruu stehen, ey Aber es ist wirklich tatsächlich schwieriger Wenn man mit verschiedenen Charakteren anfängt Deswegen kann ich halt in den Kommentaren nachvollziehen Dass ich erstmal alle auf freien Lock hochspielen sollte Aber es bringt eigentlich eine gewisse Würze mit Ich weiß, wie lange lebt in der Luft Ich gehe mal nach oben Zum ersten Fragezeichen Da hören sie dich Jetzt gehe ich mal runter Alter Geil 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 Nice rüh. Jetzt kommt der Kobi. Kobi, Doko! Nicht in Ruhe lassen. Ah! Oh, gleich habe ich die Kobi wieder. Oh! Die Kobi, Doko! Die Kobi, Doko! Die Kobi, Doko! Ja, okay, dann eben nichts. Mach ich dich so fertig und noch eins in der... Die Kobi, Doko! Ich bin der Kobi, Doko! Wer ist das? Ich bin! Kobi, Doko! Ich bin der Kobi, Doko! Ich bin der Kobi. Hinten, Kobi? Ich bin der Kobi. Ich bin der Kobi, Doko! Ich bin der Kobi, Doko! Ich bin der Kobi! So... Jetzt sind wir genau da, wo wir am Anfang waren. Aber zum ersten Mal... Aber zum ersten Mal... In der One Piece Reihe bei uns... Habe ich zum ersten Mal verloren! Nein! Aber hey, dann sehen wir, was ich als nächstes hoffentlich jetzt weiter überlebe mit Sanji. Wenn nicht, Pechgott. Nee, nee, das wird schon. Also dann, viel Spaß und reingehauen. Tschüüüü.